Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part-Rate! Wir gehen jetzt aus der Totenstadt raus. Ich hoffe, es kommt nicht mehr so unheimlich... Kann ich da raus? Ich komm durch, ich komm durch, ich komm durch. Nein, komm ich leider nicht irgendwie. Ich will einfach nur noch weg jetzt. Wollen wir mich kurz einmal umsehen, ob wir nicht noch... Ach so, guck mal eine an! Da kam ja welche raus, letztes Mal genau. Und hier haben wir das ja irgendwie freigeschneilt, dann kamen plötzlich ganz, ganz viele. Vielleicht habe ich noch hier irgendwie was... Ne, habe ich auch nicht gut. Doch! Die guten alten Wanderstiefel habe ich vergessen. So, schnell einmal hoch. Was ruggelt aber echt. Ja, aber ich musste halt was suchen. Tut mir leid. Nein! Nein! Granate! Mir das schon auf den Sack geht, wenn die das schon sagen. Granate! Machen die das echt so? Dass sie immer so sagen, ja... Granate! Ich mein... Hä? Wiedersehen. Sag einfach, die Schnauze voll! So, da hinten ist noch jemand... Ja, komm! Was? Beutet ihn aus? Achtung! Granate! Oh! Ihr könnt gar nicht so weit schmeißen. Seid ihr doof? Jetzt muss ich euch jetzt mal wieder suchen. Da ist der kleine Freund. Bumm! Bumm! Ich werde wahrscheinlich gleich wieder... Bumm! Was hast du gesagt? Ich verstehe mal anal. Anal! Bumm! Manchmal bin ich echt gut. Also da müsste er mich jetzt ja auch mal loben. Oder? So, darf ich jetzt hier weitergehen? Oder muss ich mich noch mit euch hier beschäftigen? Ich laufe mal aufs Feld, damit sich möglichst viele Leute hier verraten. Wir sind wo noch was vergessen? Ich bin ja immer der Mensch, der... Ich übersehe immer alles. Ja. Ganz ehrlich, ihr seid von der Regierung. Ihr sollt die Leute schützen. Und nicht so Blödsinn hier veranstalten. Ich hätte auch einfach umdrehen können. Aber nein! Das Spiel hat mir ja vorgeschrieben, mir herzugehen. Ich gehe hoch? Oh! Ah! Ich glaube, da kam ich auch letztes Mal hoch. Hopp! Wow! Drücken! Die Stromversorgung geschützt! Ah! Hä? Was für eine Stromversorgung? Ist das für mich jetzt so ganz... Da ist der! Wie können die mich sehen? Da oben. Ne, doch nicht. Oh! Oh! Ja und dann? Warst du hier ganz alleine, du armer Mensch? Ja. Meine Herren, was ich an Schroten, wo ich zum Beispiel schon gefunden habe? Wo sind deine Freunde? Oh! Sind die nicht mehr da? Haben die dich verlassen? Da könnte ich jetzt eigentlich runter gehen, ne? Aber... Wieso kann ich nicht durch diesen Bereich? Au! Was gibt's denn da so schönes, so tolles? Da liegt an... Was? Da müsste ich den Weg... Warum kann ich denn da nicht durchkommen? Achso! Okay, dann geh ich schnell... Ah, wenn ich jetzt das wieder zumache... Weißt du, also jetzt geh ich hier runter und dann passiert wieder irgendwas. Ich wette mit euch. So, hier ist der nämlich, den ich betätigen muss. Das ist ja gar nicht auffällig. Pistolenmonizier... Brauche ich Pistolien? Pistolien vor allen Dingen. So. Achtung! Achtung! Oh! So muss ich nämlich nach... Oh! Ich höre schon in der Ferne, ey. Ich dachte, das wäre von Belang. Hörst du jetzt auch schon? Also ich höre es nicht so deutlich, aber ich höre es. Ich höre einfach nur hier raus. Bitte. Warte mal, wir machen einmal nur so einen Zwischenspeicher. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt so ganz dramatisch schlecht gespielt habe. Oh nein, oh nein, oh nein, wie bricht das ab? Verdammt! Hä? Mit ihr mich? Ne, mich können sie irgendwie noch nicht meinen. Gefahr gebannt! Gefahr gebannt! Lass mich doch einfach hier durch und dann tue ich euch nichts. Oh, was ist das hier durcheinander? Auf 12 Uhr! Ach! Kühler fassen! Oh, da war ich... Oh, ja, ja. Okay. Weiß ich nicht... Was? Spricht ihr von mich? Von mich? Von mir? Spricht ihr von mir? Du geh doch mal diese Treppe da hoch! Es ist ja nicht zu fassen. Man, da hätte ich auch, glaube ich, einen drauf gesetzt, wenn ich bei Bethesda... Wenn ich bei dieser Firma hier arbeiten würde, hätte ich auf jeden Fall da einen hängen gesetzt. Und sowieso irgendwie mehr, viel mehr getan. Oh Gott, der Möbel! Aber... Oh, wow! Oh Gott! Meine Katzen sind vom Baum gesprungen. Puh! Feind neutralisiert! Feind neutralisiert! So, möchte ich irgendwen töten, der mich eventuell gleich nerven könnte? Ich glaube, gibt es da einen mit einem doofen Schild? Oh, hallo! Oh! Ich dachte, wir wären Kumpels, so... Schießbrüder, Waffenbrüder... Scheint wohl nicht so zu sein. Naja, was soll's? Dann muss ich halt einfach weitergehen. Tut mir leid. Das ist auch überhaupt, ne? Schlafen die Katzen den ganzen jeden langen Tag. Und dann... Weitere ich das schaffen, da drüber zu laufen. Eigentlich könnte man es einfach mal probieren. Da kam ich, glaube ich, hier auf. Ich sollte mich jetzt aber hier nicht zu sicher fühlen, dass ich hier vielleicht nicht mit diesen Monstern in Kontakt komme. Und nachher habe ich dann die große Arschrat und werde panisch. Oh! Warte mal, ich muss mir helfen. Na! So, Nummer eins ist schon mal tot. Oh, oh. Warte mal. Cool. Also, was ich ja nicht verstehe... Jetzt hör doch mal auf, Mensch! Ja, komm! Ach, komm! Ja, komm! Ach, komm! Ja, komm! Ach, komm! Oh, das ist aber gruselig. Der Lotharbräu. Hey, wo ist denn der andere? Ach so, der ist ja hier drin. Dann liegen sie zu zweit. Bestimmt muss ich ja auch irgendwann gegen so einen großen Kugel nochmal gucken. Wachsam bleiben? Wie wachsam bleiben? Wer hat das denn denn gesagt? Das wäre auch cool, glaube ich. Ähm, ich muss mich nochmal anders hinsetzen, ne? Also, manchmal kriegt man so eine Sitzstarre, wenn man ihn da sitzt. Ich muss mir auch mal einen neuen... Also, ich muss mir so viel kaufen demnächst. Wo sind da Leute? Hä? Wo sind denn die? Warte mal. Och, ich hab grad schwitzige Fände. Also, ähm... Aber es ist mir nicht so klar... Also, ganz ehrlich, pass auf. Hier hab ich mir drei Bandagen. Was soll die denn machen? Okay, jetzt hab ich das verstanden. Ähm... Wapp, wapp, wapp... Wo muss ich denn hin? Dass ich das auch alles schon wieder so vergessen habe, wo ich hin... Ach so, da muss ich hin. Wollte ich da hingehen. Hallo? Ah, oder? Ich hab das schon wieder anale, ne? Ah, schon wieder anale, ne? Hehehehehe Ah... Ja gut, wir sind jetzt ja gleich durch. Ah, tut mir leid, aber Rage. Gleich auch. Ich auch. Du Arschloch. Ach, das ist jetzt so neuer, wa? Meine Herren, du. Na gut, die können ja nicht um ne Ecke schmeißen. Uh, jetzt hab ich aber Angst. Uh, laufen. Ich warte jetzt kurz, ich werde die schwirrende Bandage verschwinden. Ist der Kontakt wieder da? Er hier nervt, ne? Guten Morgen, gute Nacht. Da hast Mädchen gelacht. Achso, ich hab schon nachgelandet. Sag mal, kannst du jetzt irgendwie einfach mal oben feilen? Nein. Ich will keine MG-Munition. Ich brauche Scharfschutz-Munition. Kann ich jetzt einfach hier so herlaufen, oder kommen jetzt noch mehr von euren Leuten? Da ist zu. Gut, dass diese Waffen auch nicht kaputt gehen, hab ich mir so gedacht. Oh Gott, ich muss da rein, oder? Muss ich hier rein, ja? Hier muss da rein, ja. Ja, dann werde ich erst mal jetzt dieses hier nehmen. Hä, wie komme ich denn jetzt weiter, wenn da auch nicht ist? Oh. Muss ich hier irgendwo lang? Also, da komme ich ja her. Richtig so. So, die kamen hier hinter dem Ding her, aber da geht's doch gar nicht lang. Hä, wie komme ich denn hier hoch? Oh. Ja gut. Ausgang, ich komme. Da nicht, ne? Nee, der war ja... War der nicht da? Ja. Hier war der Ausgang. Ausgang. Oh, das sah gerade ganz, ganz, ganz gruselig gerade aus wie so ein kleines... Hä? Hä? Oh. Wir haben was ödlang gefunden. Juhu. Während du durchs Ödland fährst, werden manchmal Aufträge automatisch aktiviert. Eieieieieieieieieieieieiei. Aber wir haben heute richtig gut... Also, ich fahre richtig, richtig gut, was wir gemacht haben. Ach, der mich bemerkt oder nicht? Ich hoffe ja nicht. Nö, vielleicht kann ich... Achso, doch. Ich war auch eh... Ich muss sagen, hey, dann kann ich laufen. Hä? Ich weiß gar nicht, wo ich hier geparkt habe. Oh je, mein armes Autoline ist bestimmt ganz schön... ganz schön drangenommen. Nee, aber ich habe keine Lust darauf, ob diese Quest immer dauert. Daher auf Wiedersehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich schnell fahre. Oh. Na sowas. So, schnell, ähm, erst mal zurück zu diesem Widerstandsbedürmselung. Wow. Huh. Ja, ich kann nicht Auto fahren. Doch, im Warenlärm kann ich richtig gut Auto fahren, ne? Aber mit dieser merkwürdigen Steuerung hier war ich ja nicht mit... Also, ich spiele ja das hier nicht mit Gamepad. Wow. Wow, 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 wow. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld ich habe. Ich bin einfach jetzt auch so ein bisschen Final Fantasy vermüllt. Jetzt habe ich da irgendwie 17.000 Milliarden Geld schon angesammelt, weil ich immer so ein bisschen, ich kaufe mir ja immer nichts. Also da würde ich es, glaube ich, auch schöner finden in dem Spiel, wenn man so ein bisschen besser also dieses, du kannst ja Millionen, also oder musst du die wieder, ich weiß es gar nicht mal mehr. Naja, komm, repariere ich einmal. Obwohl der Dings hat er gemacht, das war mal ein bisschen. Eieieieieiei. Piep, 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 piep. Ja, ich weiß es auch. Oh, 10 Dollar, meine Herren. Das wusste ich gar nicht. Bestatt habe ich irgendwas Tolles gemacht. Jetzt sehen wir, dass hier keiner mehr ist und oh nein. Du hast einen großen Fund gemacht. Jetzt kennen wir die tödlichen Pläne der Regierung. Na? Das ist ein harter Schlag für sie und ein großer Tag für uns. Beschaffen. Elizabeth hatte recht, was dich angeht. Ich muss ihr wohl zustimmen. Und sie wird mich heiraten? Jetzt müssen wir uns verabschieden. Elizabeth ist ausgegangen und bereitet alles für unsere Ankunft vor. Mach dir keine Sorgen über das Zeug in der Garage. Das wartet auf dich. Aber wir müssen los. Der Preis für deinen Kopf steigt, je länger du hier bleibst. Du bist hier einfach nicht sicher. Wir haben einen Störsender, der unseren Rückzug decken sollte. Wenn du auf unserer Seite bist, komm wieder, wenn du alles erledigt hast. Dann verschwinden wir. Sag mal, bist du doof? Erst mache ich dann die ganzen Aufgaben und dann sagst du, wenn du auf unserer Seite bist. Ganz ehrlich mal, wenn ich es mir ausgesucht hätte, die haben eine viel, viel coolere Rüstung und die machen nicht tausend Aufgaben, sondern die laufen einfach nur rum und gucken, ob irgendwer sich verdächtig verhält oder so. Nein, ich muss dir alle Aufgaben machen. Mache alle Aufgaben und dann wäre ich noch gefragt, auf welcher Seite ich bin, sage mal. Mit dir würde ich gerne mal eine reinhauen. Echt. Also, können wir jetzt gehen? Nein. Mach, was du willst. Aber ich kann nicht ewig warten. Ja, ich muss noch diese blödsinnigen Mutanten irgendwann machen. Mann, Mann, Mann. Ich müsste eigentlich auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie das... Achso, hier sei es ja, Edith, du bist. Ich weiß noch nicht, wie das ist. Ach, ob Kloschiffe. Hm. Wie möglich von hier verschwinden. Ja, ja, Olive. Ach, ich will nicht diese dumme Bedrohung machen. Ach, naja. Heute machen wir ein bisschen eher Schluss. Bei Minute, glaube ich, fehlt mir das so circa. Ich bedanke mich natürlich bei dir. Ich habe jetzt auch morgens Hunger und werde erstmal zur Klarlichkeit futtern. Die Katzen haben auch Hunger. Die sind schon ganz unruhig. Die hüpfen immer den Katzenbaum hoch und wieder runter. Von daher passt es mir auch ganz gut. Ähm, ja. Sorry halt nochmal für die ganzen Sachen. Aber es wird definitiv ab der nächsten Woche besser. Bis dann. Tschüss. Tschüss.